Hallo, wir sind ökologisch, sozial und solidarisch. Wir kämpfen gegen den Klimawandel, gegen die Ausbeutung des Menschen und der Natur durch den Kapitalismus, gegen Sexismus, Rassismus und Antisemitismus. Menschen sind nur dann in einer Stadt glücklich, wenn sie gesund leben, bezahlbar wohnen, ein gesichertes Einkommen haben, anderen frei begegnen, miteinander feiern und arbeiten können, ohne diskriminiert zu werden, ausgegrenzt oder ausgebeutet. Frankfurt soll eine Stadt werden, in der alle Menschen ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse entfalten können. Das bleibt unser Maßstab für kleine und große Vorhaben. Wir kämpfen seit Jahrzehnten für menschenfreundliche ökologische Lebensbedingungen in Frankfurt. Die Klimakrise wird auch in Frankfurt durch Industriebetriebe, also ihre Abgase, Abwässer, Müll und so weiter, überbordenden Autoverkehr und fossile Energiepolitik, zum Beispiel durch das Heizkraftwerk West, verschärft. Und als ob endlos Zeit wäre, geht Frankfurt von einer fossilen Energie zur nächsten, von Kohle zu Gas und ignoriert die erneuerbaren Energien weitgehend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017